Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Ich heiße nicht nur Paul und das ist auch nicht nur der Erich. Und herzlich willkommen zu Super-Schoß 2 Multiplayer. Zu einem weiteren Trauerspiel. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Von vor, also von vor zwei Folgen. Zwar, äh, wer spielt schon Team Fortress aus und Multiplayer? Genau. Das wollte ich sagen. Offline, ganz alleine, wenn man keine Freunde hat? Aber die Bots sind alle so dumm. Das kann man nie machen. Du kannst da das Ball rumlaufen und einfach alle töten und das dosiert niemanden. Du musst das schwerstellen oder auf Unfair. Dann sind sie wirklich Unfair. Echt jetzt? Alter, auf Unfair sind die Sniper, also irgendwie ist, je nachdem, welches Level du die stellst, desto mehr haben die von diesen Supporter-Dinger. Also, Sniper, äh, Spy, Medic. Aha. Und, äh, also auf Schwer sind es dann irgendwie zwei Sniper oder drei Sniper und auf Unfair sind es dann vier Sniper. Ist das irgendwie? Ungefair ist es natürlich so, dass sie dann alles einfach wegmachen. Alles einfach wegsniper. Aha. Wegen Aimbot. Hm. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt, äh, den Engie so spielen, wie ich gerade spiele. Vielleicht sollte ich nicht gerade alleine ins Heavy-Nit-Büro gehen. Und vielleicht sollte ich einfach aufhören, Scout zu spielen. Ein paar auf der Map. Das kann man machen. Wuset man natürlich nicht. Aber ich will nicht mehr. Oh, ich habe einen coolen Weltreisehut. Ich will nicht mehr auf der Map spielen. Oh. Können wir in jemandem anders hingehen? Nein, ich mag meinen Weltreisehut. Das ist schön. Wir können auch in einen anderen Server gehen. Ach, warum nicht. Ja, gut. Oh Gott, ich habe mich erschrocken gerade. Oder wir gehen direkt. Ja? Ja. Aber, seht ihr auch mal das Server-Menü? So, Verlauf. Hallo und herzlich willkommen zu dem Let's-Play-Server-Menü. Ja. Ja, genau. Ja, ich bin schon draußen. Hast du schon einen Server gefunden wieder? Äh, Saumel. Saumel. Hast du nix, nix cooles? Ich hätte Badlands genommen. Warum hast du kein Badlands genommen, Alter? Weil Saumel cool ist. Badlands ist geil. Das Team kommt da vor. Nucleus. Die beste Map. Badlands kommt davor. Nucleus ist die beste Map. Endlich scheint es dort zu sehen. Eigentlich ist der Tuford die beste Map, aber das gibt es so lange nicht. Bei Kier-Prä. Badlands ist Tuford die beste Map. Die ist geil. Es sind einfach nur zwei Häuser. Machst du die Tuford? Es sind einfach nur gesnippt. Tuford? Nicht bei Haus, Tuford. Naja. Ist doch geil eigentlich. Witz. Zwei Häuser. Ja. Abbrücke. Konking. Gleich, wie ich da Konking spiele. Zweit kommt es noch. Nein, die wollen alle Konking spielen. Na. Oh. Hab Eric nicht getroffen. Hab Eric getroffen. Ah. Ach, wo bist du? Ach, da wo bist du? Ich dachte, das wäre nicht überleidig. Du schlechter Spieler. Ich habe auch nicht mehr gezielt. Achso. Ja, Eric kommt nicht mehr da raus aus dem Tunnel. Scheiße. Scheiße. Ah. Oh, fuck. Die ist einfach gewährend, aber schießen so schnell. Machst du sexy getötet. Independence, six days. Das finde ich aber gar nicht sexy. Ich spamm gerade die Tab-Taste. Hm. Hm. Das ist unfair, Eric. Das ist wirklich unbe. Du mich auch... Oh, ich bin runtergefallen. Scheiße. Nö. Ich denke, ich stehe mit Vollkunft eigentlich. Ich bin mit Absicht. Hm. Weil man mir auch mit Absicht runterfallen kann. Oh. Aua. Ey, das ist aber toll. Da ist ein Sniper, der einfach die ganze Zeit voll aufgeladen auf den Kontrollpunkt zielt. Mach. Wuhu. Dafür haben wir drei Spice, die... Ne, das ist ja schon in eurem Team. Ja, okay. Der haut dort in so eine Ecke. Ja. Trotzdem hatten wir drei Spice, die in unsere Base rumtarnten. Immerhin keine Spycrabs. Obwohl Spycrabs die haben. Was? Spycrabs. Ich weiß nicht, was das ist. Eigentlich nicht. Was? Ha! Wer hat das gepisst? Angepisst? Ach, du hast da komisches Sniper dort. Ja, ich habe euch alle drei angepisst. Oh, jetzt habe ich natürlich noch Kritik hinbekommen. Na ja, ne? Eingepisst? Ne, eben, ne. Das war... Dazu noch Kritik. Kritik. Nicht mehr eingepisst? Das auch, aber dazu. Habe ich die Rakete gesehen, wie sie da so... Oh, natürlich. Ich traf' ich den nicht. So. Na, natürlich. So getroffen. Kann ich den nicht bitte ordentlich treffen? Können wir uns das Weiß bitte aufhören, hier in unserer Base rumzutaten? Mal spielen oder in ordentliche Klasse spielen? Was? Nein, keine Klasse Spiel. Ah. Me, türkisch. My... My türkisch. My türkisch. Turkistan. My... My turkisch. My turkisch. My turkisch. Turk... Turk- That... Alpay. From Turk- 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 Soldat. Hm. Nom 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 nom. Uuuh! Nein, Eric kommt zurück! Ich werde mich so sterben da oben. Jetzt liege ich da oben auf dem Dach und bin tot. Aber irgendwann wird deine Leiche nicht gescheitert. Und wo warst du jetzt eigentlich? Ich hab von der Basis aus einmal die Angriffen. Als Sniper, oder? Ja. Ich bin einfach auch nicht jung, so. Ja. Ich würde gerade gucken, ob mich jemand abschießen kann. Okay, Kumpel. Da wurde gepickst. Beim dritten Versuch. Das sind die Warnhelden, Paul. Ja. So. Hm. Hm. Backstep. Haha. Jetzt verliert ihr. Jetzt solltet ihr alle sterben. Warum? Weil ich den Kontrollpunkt eingenommen habe. Mission endet in 30 Sekunden. Ja, weil ihr nicht mehr viel Zeit habt. Bitches. Aber zum Glück. Pippi. Offensive. Oh. Ja. Richtig so. Immer drauf aus den Alpen. Der hat einfach... Der war fast tot und er packte seinen Urlaubbursch ins Stilhaus und schwengelt mich weg. Ja, ich habe fast gewonnen. Der hat mich weggeschwingelt. Sagst du jetzt, hä? Bitches. Bitches. Sie müssen es töten. Ich habe den noch nicht gewonnen. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ihr habt versagt. Ah. Ihr habt versagt. So. Oh, du bist schlecht. Ja, du wirst mich auch voll ziemlich töten. Ich habe fast peinlich, wenn du mich trotzdem finden würdest. So. Die Säge ist erledigt. Ja. Ich nehme an. Klasse. Und übrigens bedanke ich mich fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Heute Introdu Conference will ich您.